Gemeinsam etwas planen B1 Beispiel Ihre Klasse möchte zum Abschluss Ihres Deutschkurses Ihrer Lehrerin, Ihrem Lehrer ein Geschenk als Dankeschön machen. Sie und Ihre Gesprächspartnerin oder Ihre Gesprächspartner sollen das Geschenk gemeinsam organisieren. Planen Sie zusammen mit Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner, was Sie tun können. Entscheiden Sie gemeinsam über folgende Punkte. Was für ein Geschenk? Was gefällt der Lehrerin, dem Lehrer? Wann das Geschenk geben? Wer bezahlt was? Wer macht was? Sie haben dafür 6 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgabe genau. Versuchen Sie, zu jedem Punkt einen Vorschlag zu machen. Achten Sie darauf, dass Sie beide gleich viel reden. Helfen Sie Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner. Fragen Sie, wenn Sie sie oder ihn nicht genau verstanden haben. So könnte es gehen. Beispiel Teilnehmer A Du, Albert, unser Kurs ist in zwei Wochen zu Ende. Sollen wir unserer Lehrerin etwas schenken? Teilnehmer B Gute Idee Was denn? Vielleicht Blumen? Teilnehmer A Blumen finde ich nicht so gut. Wir könnten ihr ein Buch schenken. Ein Buch? Weißt du, was sie gern liest? Nein? Dann ist das keine gute Idee. Wir könnten ja auch eine Pflanze kaufen. Das ist vielleicht besser als Blumen. Ja, eine Pflanze ist gut. Und wir brauchen auch eine Karte, die alle unterschreiben. Ja, genau, eine Karte. Wollen wir das nächste Woche zusammen kaufen? Ja, gern. Hast du nach dem Kurs Zeit? Am Mittwoch. Mittwoch ist gut. Wir sammeln aber vorher Geld im Kurs. Wo kaufen wir denn die Sachen? Wir fahren in die Stadt. Wir finden bestimmt etwas. Okay. Wann geben wir ihr das Geschenk? Am letzten Tag? Ja, am letzten Tag, wenn wir unser Fest machen. Ja, das ist am besten. Bei dieser letzten Aufgabe ist es wichtig, dass Sie Vorschläge machen können und einen Vorschlag annehmen oder ablehnen können. Hier eine Liste, wie Sie das sagen können. Zum Beispiel etwas vorschlagen. Wie wäre es, wenn, sollen, wir, wir könnten, nachfragen. Wie findest du das? Was meinst du dazu? Bist du einverstanden? Zustimmen. Ja, gut. Okay. Das finde ich gut. Ablehnen. Nein, das ist keine gute Idee. Das finde ich nicht so gut. Lieber nicht. Gegenvorschlag. Sie sollten lieber. Es ist besser, wenn. Ich glaube, es ist besser, wenn. Jetzt versuchen Sie es selbst. Üben Sie die Aufgabe an einem weiteren Beispiel. Sie sind in eine neue Wohnung gezogen und wollen eine Einweihungsparty feiern. Überlegen Sie gemeinsam. Wann? Wie viele Leute? Essen und Trinken? Nachbarn? Wer macht was? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zur Prüfung. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.